Roses are red and violets are blue. Let's find out who's been crushing on who. Mögliche Trennung? Demma. Wir müssen von diesen Hexen weg. Daniel! Meinst du etwa mich? Es herrscht Pärchenalarm. Ist das ein Ja? Ich will, dass magische Dinge passieren. Er macht sie wahr. Niego? Ich wusste es. Du hast Gefühle für mich. Aber dann Demma. Ziemlich cool, hä? Das ist unglaublich. Doch, dann wird Schluss gemacht. Demma ist vorbei. Du belügst mich seit Monaten und ich mach da nicht mehr mit. Ich mach Schluss mit dir. Gemma macht das Rennen. Das einzige Mädchen, das um mich herumschwirren soll, sitzt genau hier. Wieder Trennung? Gemma. Das mit uns wird nicht funktionieren. Aber keiner bleibt lang allein. Es folgt Demma. Geht's dir wirklich gut? Ja, mir geht's gut. Anschließend Jax und die böse Emma. Bist das du? Doch diese Emma ist zu böse für Jax. Trennung. Emma. Emma, Daniel und Jax bekämpfen die bösartige Emma. Hier. Übrig bleiben die magischen Power-Paare. Niego und Demma. Oder Gemma?